Na gut, na gut, na gut, dann nochmal. Ja, ich hätte von Anfang an hier vorne vorlagern sollen, so wie ich das vorgehabt habe. Oder tatsächlich hier, wir gehen hier rein und machen hier ein Nadelöhr raus mit den Pech-Töpfen. Ja, aber das ist halt, das ist zu nah, wir müssen halt gucken, dass wir das verlängern, dass die hier dann reinlaufen. So, wir brauchen auf jeden Fall, Achtung, vorwärts! Ihr könnt auf uns zählen, gehen wir Brüder! Na endlich! Ich komme hier auch gleich auf. Auch alles weg. Dann haben wir in der Burg auch nochmal ein bisschen Platz. Das war auch ein neuer Jahr. Warte, 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 warte. Das kann auch komplett weg. Nein, ich wollte nicht, ich wollte nicht auf Info, da unten drauf. Okay. So. Dann Holz. Und erstmal, dann Nahrung. Hier haben wir nicht mehr, oh, geht weg. Warte. Warte, warte, warte. Oh, eine Pfeilmacher rein. Bei wieviel Holz haben wir noch, zwanzig, äh ne, sechs. Hm, na gut. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Wir brauchen noch ein Haus, hoffentlich können wir das noch stellen. Ja. Gut, dann tatsächlich hier hinten noch mal dazumachen. Ob wir das hier brauchen. Dann mal runter. Jetzt mal repartieren. Den Zugang würde ich wegmachen. Ja, den brauchen wir da nicht. Dann nehmen wir da noch mal Platz ein bisschen. Genau, genau da. Da hätten wir das alles verbaut. Was wünscht ihr? Dieser Gestank! Waffenkammer haben wir, ne? Genau, genau, genau. Aber noch ihn hier. Inbauen nochmal nur. Ah, guck mal, die ersten Nahrungsmittel kommen auch schon. Ob das dürfte schon gewesen sein? Ja. 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 Warte mal. Unser Werkzeug ist bereit. Er geht auch nach hier. Ja. 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 Das stinkt vielleicht. Die sind aber fleißig. Die sind aber fleißig. Okay, dann ist gut. So, wir haben das hier hinten zugemacht. Na, guck mal, hätte ich auch hier. Ante ist. Na gut. Genau, wir brauchen noch Steine und auch Eisen, weil sonst können wir uns keine Rüstung machen. Ei. Eure Landschaft? Vorwärts, Pekingiere. So. Ich möchte, dass die halt da durchlaufen. Ja. 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 Ich bin ja kind. Dann bin ich schon mal hier. Ja. Ja. Hallo. Ja. 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 wenn die hier ankommen dann soll die da durch die hölle angreifen können ich hoffe das funktioniert das vorgestellt habe wie können wir ich habe mich verbrannt ich dass sie doch da hinten lang latschen aber das wäre zu weit ich mache schon dass die hier dann durchgehen wir gehen halt dann hier an die mauer und vorstellen da ist alles frei zu diensten wir stehen zu euch schultert die waffen warum steht hier nur um ach weil wir kein holz haben ok noch mal ein bisschen schneller wie sieht es denn mit dem essen aus das mal langsam holz da kommt das holz und das will ich auch gleich in eisen investieren damit wir halt dann tatsächlich pekiniere auch machen können wir benötigen holz jaja ich weiß warte darauf dass es kommt ich habe gar keinen eingang mehr hier ne den habe ich ja jetzt flauerweise weggemacht wenn wir da noch eingehen wie sieht es denn das volk huldigt euch sei keine veränderung in der schatzkammer mein lord ein bisschen hochgehen was wünscht ihr hat sich die jetzt bemannt da oben ja habe ich nicht weil ich kein holz habe ab immer noch keine doch dahinten ist heute ich habe mich die baugilde noch nicht baumeistergilde euer gnaden euer gnaden euer gnaden belagerungsgeräte bemannt äh genau ein tor brauche ich noch neues ja so in meiner weisheit habe ich das halt weggerissen dann können die nimm ich hier da durch auch die jäger können jetzt da durch platz 1 jawohl ach so genau die brauchen wir noch wir brauchen nämlich auch ein aber ich habe noch keine weil die sind hier noch aktiv genau wir brauchen aber auch noch die gerberei vielleicht auch noch ein bisschen nahrung nachlegen eine botschaft des schweins schlag die trombe das schwein ist im anbarsch direkt von vorn ist schon ein bisschen eklig ne ich würde gerne die mauer hier neu setzen aber das geht natürlich nicht wenn wir hier nicht genügend stein haben weil wir haben noch ein bisschen wir haben auch eisen jetzt da ne also wir hatten schon eisen da aber gar nicht gesehen in diesem gebäude gibt es keine arbeit seien eine botschaft von eurem informanten die truppen des schweins greifen an es werden rekruten benötigt sei wir haben nicht genügend pech bin zur stelle mein bogen ist euer in bewegung wo dahin jetzt gucken wir mal wie die hier rüber laufen und los mein herr was soll ich sagen befehle feuer gefällig neun die sind so weit weg was wünscht ihr so ein pech aber auch unser werkzeug ist bereit lasst sie schmoren gibt uns eine aufgabe die die vielleicht bisschen was machen um du bist ja 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 wie können wir helfen das wird ihnen einheit Hides Die schwarzen Mönche sind bereit Die Wege des Herrn sind unergründlich Idee ist gut Grundsätzlich Der Feind ist bezwungen Ja Nochmal Mach die hier jetzt mal längern Treppe oder soll man Tor nehmen Tor wäre wahrscheinlich besser Ja Euer Gnaden Allerdings Können die da nicht drunter laufen Um sich was Neues zu holen Brauch mal ein Doch eine Treppe da Schade Äh Nein verschwendet Ja Ja Die brauchen aber Ach da hinten Euer Gnaden Ja genau Was soll konstruiert werden Gott ich wird bemannt So ne du nicht Sollts eigentlich hier hinten hin Heiß wie die Hölle Ich habe mich verbrannt Es läuft doch ganz gut Auf die Welle Schweinsbraten kommt zu Besuch Ja Die Wege des Herrn sind Sehr gründlich So lass uns mal gucken ob wir da noch ein bisschen was machen können Ah ja Wurder Mh Zieh Ups Chнач Ich habe einen Speicher drauf Ja aber haben wir Ne auch das funktioniert langsam da haben wir auch das funktioniert auch dann noch mal so und die kirche die wollte ich eventuell noch bauen ja wir haben geld die passen hier hinten ganz gut hin wir benötigen steine wenn ich halt noch ein turm drauf eine balliste oben drauf packen das dauert jetzt dass wir steine bekommen oder neben normalen wenn zumindest da bogen schützt unser werkzeug dieser gestank gebt uns eine aufgabe das stinkt vielleicht ja mein freund mit dem müssen wir dann auch hinten ich brauche natürlich mehr wenn der eine das runtergeschüttet hat wir dann auch wieder laufen wie können wir helfen ich wollte ich wird bemannt ok er macht das wahrscheinlich die ganze zeit dann voll mit rechten mit die das immer die ganze zeit holen können wo ist mein bogenschützer und bin zur stelle bin zur stelle rücken aus sind auf dem weg und da oben auch noch mal holen fangen dings und der ding und von der zeit gesagt er ist eine oder nicht er muss nur in der nähe stehen dann funktioniert das schon die grube oder pech die pechvorräte sind zu knapp das auch noch hier haben wir einen eingang wie gesagt ich würde gerne hier das ein bisschen begradigen hat ja mein freund entlegene dörfer sahen eine truppe des schweins auf dem weg in diese richtung und auf jeden fall das volk huldigt euch seier die klu plus 2 auch schon können wir noch machen wir sollten erst mal gucken und wir noch mal ein bisschen haus hier es werden rekruten benötigt sei er wir brauchen noch mal ein haus doch 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 wir müssen ja mit unserem platz haushalten wie gesagt ich würde halt die mauer hier noch nach vorne verschieben nach vorne verschieben mal gucken wie sieht es denn hier überhaupt aus die truppen des schweins greifen an das wird funktionieren hier auch noch mal ein bisschen pech mein bogen ist euer ich hat also gut wir benötigen pech euer gnaden euer gnaden pechbottich wird bemannt was soll konstruiert werden ok was wünscht ihr heiß wie die hölle mein herr feuer gefällig feuer gefällig feuer gefällig unser werkzeug ist bereit gebt uns eine aufgabe alles gute kommt von oben wie können wir helfen wie wäre es damit euer gnaden das war's da läuft auch noch einer rum ok das ist nicht gut in ordnung auf dem weg obwohl der dürfte gleich abhauen der kommt dahin ist gut eure lautschaft cool hoffentlich die burg hat stand gehalten aber gern ich hole mir da immer den bogenschützen runter zu diensten bin zur stelle eure befehle in bewegung waffen geschultert das hier keiner den ton rüber gibt ein überweg oder so mit bogen eine brücke meine gute jetzt mut zur lücke ja ja ich bin gerade noch überlegen gehen wir eigentlich stein zurück wenn wir das hier abreißen ist nicht nicht info ich wollte vertreten aber man sieht eine nicht besser gesagt wenn man noch ein stück wenn wir jetzt in roth我们 denken die 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 rücken aus bogenschützen bereit nicht die volle menge okay wir benötigen steine und den jetzt hierhin stellen einstellen und können wir da noch eine botschaft des schweins ich bin hier mal wieder wild herum guck mal wie viel holz wir haben sehr gut auch doch mal hier weg das ist eigentlich auch keine schlechte idee hier aber die laufen die ganze zeit hier so am rand entlang ihr könnt das nicht dort platzieren mein ort ist ein pech haben wir noch doch mal das hin und mach mal einfach mal da haben wir ein was soll konstruiert werden wir brauchen wir nicht haben wir noch also wenn es jetzt hart auf hart kommt würde ich halt hier einfach so runter auf ja doch ein bisschen kommt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 eine botschaft von eurem informanten jetzt wollen die die kathedrale haben was ist los mit euch wie teuer das im essen aus die steinvorräte sind zu knapp sei ja alles verbrauchten guten gut jeder bisschen turm hinstellen hier hinten ja 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 Das war jetzt aber schon. es werden rekruten benötigt sei nur kurz warten dass sie da sind schultert die waffen vorwärts pikiniere was wünscht ihr da ging kein katapult oben drauf oder ballisten mit dem stein aus gerade jemand gekommen aber das war ich nicht für den großen turm den ich hier gerne hinstellen würde hätte gerne noch hier vorne haben wir jetzt mal auch gut mal gucken ob man Mehl kaufen kann oder so in der kann nämlich schon mal anfangen können aber da sind sie schon unterwegs alles richtig gemacht noch mal pech auslegen mein bogen ist euer ok wir benötigen pech wir benötigen steine ihr könnt das nicht dort platzieren mein lord nur weil du das nicht willst es werden rekruten benötigt sei bereits eure lordschaft wir brauchen doch mal ein haus entlegene dörfer sahen eine truppe des schweins auf dem weg in diese richtung wir brauchen doch immer irgendwo hier lang zur stelle euer gnaden was wünscht ihr welch bot ich wird bemannt die halt auch alle machen was ich sage die truppen des schweins greifen an achtung es werden rekruten benötigt sei unsere lebensmittel vorräte wachsend seier und los und marsch mein herr ok feuer gefällig ja brauche ich gar nicht geworden die werden direkt davon abgeschossen feuer gefällig da hätte ich mich ja noch brauchen ok unser werkzeug ist bereit so ein pech aber auch gibt uns eine aufgabe weil die da mittig durchgedauert sind der feind befindet sich in dem ort zu leibe wie können wir helfen lasst sie schmoren euer gnaden wir haben den feindlichen angriff überlebt unsere goldvorräte wachsen stetig seier unsere goldvorräte wachsen stetig seier das volk nicht euch sagen die ist eine religion aber kostet uns wenn wir die kathedrale ist ja möglich 500 wird die steine auch noch welche steine dafür haben um hier aufzurüsten oh mein gott wie groß ist sie denn bitte und da wollte ich eigentlich So, jetzt müsste er aber das hier abgehen, wir könnten noch mehr Deckereien machen noch, warte, nicht so weit, jetzt noch mal gucken, ob wir hier den Turm noch hinkriegen, dann kaufen wir die 5 aber noch, so, wir haben jetzt die 40, verdammt gekommen anscheinend, ja, da kommt noch einer, das könnten wir eigentlich auch den so unten rum hinkriegen, den wollen wir nicht, dann, dann drauf, da brauchen wir 2, ja, wir haben keine Bauern, ne, Wie sieht denn jetzt Religionstechnik aus? Das Volk huldigt euch, Sire. 2, können wir dann noch mal ein bisschen... Ja. Hochsetzen, sehr gut. Was soll konstruiert werden? Ich habe mich verbrannt. Eine Botschaft von Sir Longarm. Wir haben eine weitere Grafschaft zurückerobert und unsere Zahl steigt. Belagerungsgeräte bemannt. sehr gut lass uns mal hier vorne noch eine treppe runter machen dass die noch ein bisschen kürzer dann hier laufen können wenn die ihre peche einmal voll machen wir werden wieder und das ist eigentlich gar nicht so schlimm hat das hängt kringer nicht eure befehle waffen geschultert achtung bereits eure lordschaft bin zur stelle es werden waffen benötigt sei bin zur stelle ein weiter weg ja so weit ist es jetzt auch wieder nicht also jetzt mal wirklich im durch lassen so weiter da wollte ich gar nicht hinstellen oder geht nicht doch da geht vielleicht steht es da vielleicht steht auch jetzt steht okay es muss nur einer in der nähe stehen und schon reicht das aus dass die das benutzen können nahrung ist gut allerdings findet uns gold fließt in die schatzkammer sei das volk liebt euch mal und geht es geht nicht hoch und nicht runter zu gehen brauchen wir noch irgendwas auf dem weg aber gern vorwärts gegen ihre wir bräuchten noch lila war nicht hin noch 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 bisschen Nahrung. Ah, guck mal, wir könnten ja noch... Aha, das hat ja ganz verwertet. Gar keinen. Ja. So, noch eine Schenke. Direkt hier neben der Kathedrale. Das sieht so gut aus. Ob da heute die Kriegekampagne noch durchschaffst und schon mit der Wirtschaftskampagne beginnen kannst, das glaubst du für euch nicht. Aber wir könnten mal die Geschwindigkeit ein bisschen hochsetzen. Eine Botschaft des Schweins. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Okay. Wenn du das sagst, dann wird das schon stehen. Was ist er denn? Na ja, die Gruppen... Unsere Lebensmittelvorräte spielen. Die Truppen des Schweins greifen an. Ja, 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 ja. Euer Gnaden? Unser... Pechbottich wird bemannt! Bogenschützenbereit! Oh mein Gott. Warte, 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 warte. Ich hab was vergessen. wir benötigen mehr holz ja kein problem ihr könnt das nicht dort platzieren mein bogen ist euer feuer gefällig das finde ich gut dass sie dahin und alle feuer gefällig feuer gefällig ja durch die poli der priester sollte gleich wunderschönen feuer gefällig und eine aufgabe der feind ist bezwungen eine botschaft des schweins sieg der prozent habe nur verlorener truppen das ist nicht so viel als ein paar leutchen nur da hat man ein paar bogen schützen glaube ich ja er gut ok was sie uns noch zu berichten haben wie die dankeschön unsere ölbottiche haben sich als eine unglaublich wirkungsvolle ergänzung unseres arsenals erwiesen zusammen mit euren klugen taktischen entscheidungen konnten wir so die gewaltige streitmacht des schweins abwehren wir hatten ja gesagt dass wir das länder ein eingenommen worden sind das haben wir gerade bekommen und wir ziehen auch weiter nach vorne wieder ja 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 ja